Let's go! Für meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung Willkommen zurück zu einer weiteren Video Ich bin euer Sturmwaffler LP und wir spielen heute Overwatch Warum dauert das so lange? Was geht ab? Ich suche nach einem Game Und nehme jetzt Deathmatch auf Shoutout an Sammy, die macht coole Videos Guckt auf ihrem Kanal vorbei Das ist einfach das Overwatch Equivalent zu Montana Black Los Ich bin eine Ein-Mann-Apokalypse Ich bin eine Ein-Mann-Apokalypse Ich bin behindert Warte, was? Hallo, da war doch grad jemand Ich hab's doch gar nicht genau gesehen Ha 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 Oh, Moment mal Boah, was? Was? Wie viele Tracer sind das? Hör doch auf! Hör auf zu existieren! Ha 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 Hey Howdy, Cowboy Ähm Komm doch her Lol Du kannst mich nicht stun Sag mal, ist hier ne Mercy? Warum? Bleib her, komm her, ich will den Kill Danke, froh denn der Geld Hey Hey Hey, bleib schön Okay Was, was ist das? Was wird das? Ha? Boah, die macht ja voll Schaden Ups, das hab ich grad ein bisschen unterschätzt Verdammt Ach, mercy Hallo? Na, warte Ups Da Dich Wer ist der Nächste? Oh Du bist der Nächste Hey Moment Moment Alter Diese Mercy, warum? Wie geht das? Warum macht die überhaupt Schaden? Ach man War schon wieder die Mercy, ja Was machst du denn da unten? Alter Die macht so viel Devilshilfe Haha Nein Hey Hi Hallo Wie ist so schnell? Vielleicht bin ich auch einfach dumm Momentchen Mal Ah Da Wer war da? Äh Ja, das sieht nicht so gut aus für mich gerade Oh hey Pfff Hä? Ein Schuss? Warum ist Roadhog so stark? Die Stunde hat geschlagen Huiiii Was denn? Ich komme nicht drauf klar Was war das denn gerade? Da ist ja schon wieder der Chaot Hau die Partner Ey Das war meiner Ich hasse sowas Hey Oh komm schon Wollte grad sagen Als ob du mir den jetzt klaust Bin in Führung gegangen Was geht? Ich lasse nichts an Montana Black Ehrlich gesagt Habe ich keine Ahnung Wie sich Montana Black wirklich anhört Ich äh Nehme das einfach an Das ist so ne Urban Legend für mich der Typ Ey Also das war jetzt wirklich meiner Jetzt reicht's AAH Die sind verdammten Tracers Verdammten Oh Gott Die sind beide auf den ersten Plätzen Jetzt reicht's Oh komm schon Das war echt Oh Wie sind wir schon in der unteren Hälfte? Was ist passiert? Na Hehehe Eure Zeit ist abgelaufen Ich hasse dich da unten So ein kleiner Nachbarschaftskonflikt da unten AAH Jugend Ich brauche nur noch Brechings Das habe ich doch gerade gesagt Äh Last hit NEIN Lass mich doch Last hitten NEIN Ich krieg den Last hit drauf Jetzt wird's nochmal nachladen Ich kann gleich wieder Moment Jetzt AAH Komm schon AAH AAH Also ich meine es ist wirklich darauf abgezielt Dass man so extrem schnell schießt mit Roadhog jetzt Aber die Das schaffe ich einfach nicht Das ist mir zu 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 AAH Weißt du ich krieg auch echt keinen Kill Das ist doch einfach schade AAH 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 Er hat schon wieder den Kill bekommen Und deswegen hat er sogar noch gewonnen Oh manno Ne Kein Bock mehr Alter 4 dazu sag ich mal ne Tschüss Hey Leute willkommen zurück zu ner weiteren Minecraft Let's Play Heute zeig ich euch wie man Bäume baut